ARD Text im Auftrag von Funk 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 Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Funk, 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 ich fühl mich funky! Tic-Tac-Toe! 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 Das ist die aktuelle Single. Frank, du hast vergessen, Knopf zuzumachen. Nein, nein, das ist normal so. Ach so, das hat man so? Das Problem hat man in der Harald-Schmidt-Show schon. Da hatte ich das, aber das ist normal, weil wir haben so viel gegessen. Du bist Tic? Wer ist Tuck von euch? Keiner. Wie? Wer ist Stefan und wer ist Raab? Hm, Moment mal. Ja. Jazzy, was haben sich deine Eltern dabei gedacht, als sie dir den Namen gegeben haben? Eigentlich glaub gar nichts. Ach so, und du bist wer? Rikki. Ich bin Rikki. Und du bist Li. Die singende Chinesin Li. Die Tic-Tac-Toe kommen aber gleich nochmal zu uns. Was ich nochmal wissen wollte, was mir am besten gefällt bei dieser, ich finde die scheiße Nummer, ist diese, ich versuch's mal nachzumachen. Spieglein, Spieglein! Spieglein, Spieglein! Boah, das war ja noch höher, hey! Aber das hören wir gleich noch. Tic-Tac und Toe kommen gleich nochmal zu uns. Nein, Tic-Tac-Toe, Mann, Stefan! Okay, wie heißt das aktuelle Album? Funky. Funky. Nein, das Album heißt Tic-Tac-Toe. Das Album heißt Tic-Tac-Toe? Ja. Habt das direkt auch noch euch dreien genannt. Ja! Das finde ich gut. Tic-Tac-Toe sind gleich nochmal bei uns. Vielen Dank! Tic-Tac-Toe! So, und hier sind sie nochmal. Tic-Tac-Toe, ich find dich scheiße! Tic-Toe! 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 Auf die Schnelle, auf die Schnelle, machst du hier ne Riesenwelle, ein Gewäldet arrogant, fänd sich auch noch interessant, denkst du, wie, du bist es keiner, denn der BMW ist kleiner, also es wird sich nur um dich, alles andere siehst du nicht. So schön, so schön vor dem Spiegel zu stehen, du denkst, du bist was ganz besonderes, jede würde mit dir gehen, so hip, so geil, der alter Coolster auf der Welt und du ziehst unsere Riesen-Show-Auflo für uns, mit deinem Geld, ich find dich scheiße, so richtig scheiße, uh, ich find dich scheiße. Rote Linden, aber Grelle, Zeug von Schminkel, Sauerwelle, ein Gehörs in deinem Duft, verpestest du die ganze Luft, jeden Tag ne Sonnenbank, du hast dich schon an, jeden Tag verbrannt, doch wer braun und sein Willen muss leiden, es ist dich leider nicht bereit. Spiegel, 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 an der Wand, es ist die schönste, glückste, beste hier im ganzen Land, es ist schwer, mich zu beschreiben, die Wörter zu vermeiden, die ich hier nicht lagen will, doch ganz so viel ist, ist zu viel. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße. Ich find dich scheiße, so richtig scheiße, scheiße, scheiße. Bra, 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 bla, bla, bla! Die kindlich scheiße, so richtig scheiße, ja. Ich spiegel, ich funne jedes Mal. Ich kann den Schloss hier nicht mehr hören, du willst doch nur dazu gehören, das hat doch alles keinen Sinn, nein, analyzing bist du auch nicht fit seid, doch einfach wie du bist, Denn ich glaub dir, deine blöden Sprüche wirklich nicht. Willst du mit für dich verkaufen? Mach so weit, das wird nicht laufen. Aber was erzähl ich, du bist gar jeder. Ich bin scheiße. Du bist gescheit. So, liebe Sportfreunde. Das war mal Kumpel heute Abend mit Dic-Tac-Toe. Mit BG, the Prince of Rap. Mit Beatism. Mit Körner Lars Dietrich. Mit Sabine Nürnchen. Mit Gunter Gable. Das ist auch ganz scheiße hier. Ihr habt da noch was zu sagen. Ach ja, Stefan, Stefan, alles nur für jetzt. Jens, 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 Jens. Du kannst uns gar nicht. Wenn wir bei der Kingwiz wären, wo wir gerne wären, dann würden wir vernünftige T-Shirts haben. So mit Bade und mit Dac-Tina und so. Das finde ich scheiße. Aber wir finden die Scheiße. Hey! Woo! Ha, 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 ha. Come on! Woo! Hey, Eric, come on up, come on up, everybody. What's up? I'd like to say what's up to my friend, Dwayne. Oh, thank you so much. 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 Untertitelung des ZDF, 2020